Ich rauchte Tüten und Blanz, jo ich üb mit der Gun, denn ich fahr die Gangsterschiene so wie Züge in Kanten, ich schieß dich an mit automatischen Schusswaffen und du brauchst automatisch nen Putzlappen, nur um zu zeigen was für ein Spassi du bist schlackig, desinteressiert ein auf dein Spassi Gesicht und zermatscht dein